Moin Leute, grüßt euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stalle mit dem A-Podcast. Grüßt euch. Neben mir Daniel Müller. Ich bin Tom Hölle, Mann. Viel Spaß beim Zugucken. Beste Einleitung. Ehrlich, war gut. Zuschauern gefällt es bestimmt. Du verarschst mich immer. Das war der zehnte Versuch, glaube ich. Nein, super. Tom ist ein wirkliches Genie, was das angeht. Ein Kommunikationsgenie. Ich küsse dein Herz. Danke, Bruder. Vielleicht auch mal für die Zuschauer, weil die sehen uns ja immer so sitzen. Hände in der Tasche. Hier sind es vier oder fünf Grad. Also wie gesagt, wir sind bei uns im Stall, in unserer Halle. Und wir können natürlich die Wärmelüfter nicht ermachen, weil sonst der Ton beschissen ist. Dementsprechend könnt ihr mal sehen, wie sehr wir leiden für euch. Hier werden Prioritäten gesetzt. 100 Prozent. Ja. Morgen wieder Erkältung, gar kein Bock. Ich muss auch so ein bisschen weg, meine Nase so ein bisschen verstopft. Ich habe Angst, ich zu laut atme, aber passt schon. Ich glaube, das liegt nicht an deiner Nase. Also, Aschloch. So. Wir machen heute die Amateur-WM. Wir sprechen ein bisschen darüber. Denn die aktuelle Amateur-WM in Serbien ist vorüber mit viel deutscher Beteiligung. Leider nicht mit dir, aus, wie gesagt, bekannten Gründen. Aber ich glaube, erstmal die guten Platzierungen und auch generell dieses Thema internationale Amateur-Turniere, da lohnt es sich schon, dass man nochmal komplett darüber spricht. Definitiv. Also, vielleicht erstmal, was ist der Unterschied zwischen Pro und Amateur? Am Kampf allein, ja. Das sagt den vielen ja gar nichts, ja. Also, der Unterschied zwischen einem Pro- und Amateur-Kampf ist erstmal die Kampfzeit. Der Profi kämpft 3x5 Minuten, ich als Amateur 3x3 Minuten. Außerdem habe ich dickere Handschuhe. Das sind 8 Unzen-Handschuhe, die haben ein etwas dickeres Polster. Sorry. Was geht's da? Dicker. Sorry, nein, ich bin mit. Aber in der Rüge werde. Und je nach Veranstalter oder Veranstaltung gibt es noch Ski-Manschoner, die man sich überziehen muss. Die sind Pflicht. Oder auch ein T-Shirt sind Pflicht, ja. Ski-Manschoner sind Pflicht. Meine ersten Kämpfe habe ich ohne gemacht. Perfekt. Aber da seht ihr wieder, damals war MMA halt noch nicht. Also, jetzt sind die auf jeden Fall verpflichtet, glaube ich. Ja, mittlerweile. Nach Gemma-Fregeln sind die auf jeden Fall verpflichtet. Früher gab es, ich glaube, als ich bei GMC-Olympics gekämpft habe, gab es da schon die Gemma-Fregeln? Noch nie was gehört damals. Nee, gab es noch was nicht. Dann gibt es Techniken, die sind erlaubt im Profibereich. Die sind wiederum nicht im Amateurbereich erlaubt. Das sind zum Beispiel Knie- und Ellbögen zum Kopf. Oder Heelhooks. Vielleicht für die Zuschauer, die keine Ahnung davon haben. Heelhooks sind Techniken am Bein. Also, es hat Mischungs am Bein. Die das Kniegelenk halt hops nehmen. Ja. Fallen dir noch Unterschiede ein? Das war so das, was ich eigentlich immer den Leuten erzähle. Ja, das ist so das, das ist im Großen und Ganzen, dass die primären Unterschiede, was man vielleicht dazu sagen muss, ist, weil extrem viele sagen, boah, was muss man machen, damit man Profi wird? Oder wann schafft Thomas zu dem Profi? Wann wirst du endlich Profi? Ja, wann wirst du endlich Profi? Okay, es gibt, es ist jetzt nicht so wie beim Fußball, dass du, weißt du, ab der dritten Liga oder so zielst du als Profi oder so. Sowas gibt es nicht. Du kannst quasi irgendeine, weiß ich nicht, Person XY, dem man auf der Straße nimmt, kann sagen, okay, ich will Profi kämpfen. Und an sich könnte er quasi einen Kampf, einer Profi-Organisation. Du brauchst eigentlich nur einen Pfand, statt der, der dich kämpfen lässt. Ja, ja, genau so ist es. Und fertig ist das. Wenn du mich hops nehmen willst, könntest du vor mir Profi-Kampfvorder werden. Ja. Was aber auch leistungsbegründend passen will. Ja. Was ist vielleicht der Grund, oder jetzt denken sich natürlich viele, ja, warum geht dir da nicht Profi? Warum bist du noch Amateur? Ja, hat natürlich mehrere Gründe. Einer, der uns beiden wichtig war, war erstmal die Erfahrung zu sammeln. International zu kämpfen als Amateur ist extrem, oder ja, doch ist extrem viel wert. Also ich habe ja selbst gemerkt, dass mich das extrem weiterentwickelt hat. Ähm, ich war jetzt schon mal in Abu Dhabi, ich habe da gekämpft, ich war schon mal in Italien. Angenommen, ich bin Profi und reise dann irgendwann ins Ausland, das ist für mich nichts Neues mehr, weißt du? Dementsprechend kenne ich mich da schon aus, beziehungsweise kenne die Abläufe, weiß wie das Ganze funktioniert. Ähm, dann natürlich auch die Kampferfahrung an sich. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, mit einer Amateurbilanz von 1-1 Profi zu gehen. Richtig. Was viele machen? Wenn du überlegst, wie viele Amateurkämpfe Boxer machen, äh, Boxer haben, ja, doch Boxer machen, um dann Profi kämpfen zu können. Oder da halt dann zu rasieren. Es ist auch, sehr gut, dass du es ansprichst, darauf kann man auch kurz eingehen. Viele Amateurboxer sind ja auch dann, also nicht, also ich will da immer raus keine Regel machen. Aber wir kennen auf jeden Fall viele Amateurboxer, die besser sind als die Profis. Ja, das ist einfach was ganz anderes. Die Gründe sind nicht irgendwie leistungstechnisch, dass Boxer quasi in den Profibereich gehen. Zum Beispiel Olympia, ja, bei Olympia kannst du zum Beispiel nur antreten oder Land repräsentieren, wenn du ein Amateur bist. Ja, äh, dementsprechend hat das nicht nur leistungstechnische Gründe. Und man sieht ja auch ganz oft die Leute, die dann quasi eine krasse Amateurlaufbahn hatten, ob das ein Lomachenko ist, ein Usyk, ein Golovkin, was sie dann im Profi-Niveau machen. Ja. Erinnerst du dich noch an Artur, unseren Boxtrainer, den wir gemeinsam hatten? Ja, ja, klar. Was hat er, der 350 Amateur-Kampf? Ich weiß, aber auf jeden Fall auch, und da merkt man das halt. Geisteskrank. Und wir haben auch schon Profiboxer quasi kennengelernt oder auch deren Leistungsniveau abgecheckt, sag ich mal, oder auch mal mit denen geboxt. Und da merkst du, okay, ein Amateur ist nicht schlechter als die. Oder natürlich gibt es auch Amateure, die schlechter sind oder so, das will ich nicht sagen, aber es ist nicht immer nur leistungsbegründet. Ja. Wo waren vorher Erfahrungen, sagen wir, genau, anhand der Kämpfe? Genau, warum du Amateur bist, ja. Genau, und dann, ja doch, das hatte ich eigentlich schon mit der ersten Begründung gesagt, quasi für Deutschland international ins Ausland zu fahren, einfach geil. Und als Amateur, es geht erstmal um nichts, scheiß auf die Bilanz, die zählt nicht im Profibereich. Das heißt, es geht ja wirklich nur um Spaß haben, Erfahrungen sammeln und im Idealfall gesund nach Hause zu kommen. Für mich als Trainer, Schräg Schräg Manager, gibt es natürlich auch Gründe, warum ich meinen Schützling in dem Falle auch gerne ein bisschen Amateur kämpfen lassen möchte. Das ist einmal, du hast es zwar, also viele Gründe sind identisch, einmal die Erfahrung und gerade auch als Trainer, ja, du möchtest ja auch natürlich, dass eine gewisse Entwicklung stattfindet. Und dann kann man, das hatten wir auch schon gemacht, dass man sagt, okay, versuch den Kampf mal mehr, weiß ich nicht, im Stand zu bleiben, mehr im Boden zu bleiben. Ja, weil du im Amateurbereich quasi noch viele Sachen ausprobieren kannst, eben weil dein Rekord nicht zählt. Und das ist im Profi ein Unterschied. Und das ist jetzt aus Manager-Sicht. Mein Ziel war es auch, dann in den Profibereich zu gehen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt keine großen Lücken mehr im Ring, im Grappling, im Standkampf. Dass ich quasi sagen kann, okay, ich bin ein kompletter MMA-Kämpfer. Natürlich, man nennt immer dazu, darum geht es jetzt nicht, sondern, okay, ich weiß, wie ich einen Take-Down verteidige. Ich kenne vielleicht meine drei, vier Submissions, die ich perfekt kann, sowas halt, weißt du. Dass ich da nicht einfach auf irgendeinem oder eine zu große Schwachstelle habe, dass die Gegner mich in der quasi ficken können. Das ist vielleicht auch für viele interessant, die jetzt vielleicht nur die großen Organisationen kennen und nichts mit dem Amateursport anfangen können. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen UFC-Kämpfer seht oder einen Kämpfer aus deutschen Organisationen, da steht ja nie der Amateur-Rekord. Man sieht immer nur den Profi-Rekord. Dementsprechend kannst du im Amateurbereich so oft gewinnen bzw. auch verlieren, wie du möchtest. Und das zählt nicht auf deine Profibilanz, die dann auch quasi wie so eine, das ist dein Marketing auch mehr oder weniger, also Leistungseinschätzung, die dann die Organisationen mit dir durchführen. Und dementsprechend, das rate ich auch allen Kämpfern, kämpft, also wenn ihr die Möglichkeit habt, Amateur zu kämpfen, kämpft so viel, wie es geht, um einfach Erfahrung zu sammeln. Und wenn ihr sagt, okay, ich bin so weit, dass ich keine signifikanten Lücken mehr habe, dann könnt ihr in den Profibrech gehen. Je länger wir drüber quatschen, desto mehr Sachen fallen mir noch ein. Eine Sache, wo wir auch gesagt haben, okay, das macht Sinn, jetzt nochmal zur WM zu fahren, zur EM zu fahren. Angenommen, ich wäre als Weltmeister zurückgekommen oder Europameister, dementsprechend lasse ich mich auch ganz anders vermarkten. Ganz genau. Was mich wiederum für andere Organisationen oder für bessere Organisationen dann interessant macht, wir hatten das Beispiel mit Irrmann aus Schweden, der ist Weltmeister geworden, 2017 und 18, kann das sein? Oder 18, 19? Ja, irgendwie so. Und der hat nach einer Profibilanz von 1-0, 2-0 direktige Angebote bekommen, auch vorher schon, weil die einfach wissen, okay, das ist kein Trottel, der kann was. Dementsprechend fragen dich gleich höhere Organisationen an oder du kannst dich halt da vorstellen. Ich kenne sogar, sorry, dass ich unterbreche, ich fahr durch, wie heißt der aus Irland, Ryan Spillane? Spillane, ja, der hat doch direkt einen Bellator-Vertrag bekommen. Der hatte direkt, ich glaube, ersten Profi-Debüt wollten die den vermarkten oder zweiten Kampf, der war auch Weltmeister, Amateur-Weltmeister. Dann war der 2019 und Irrmann 2017, 18 oder? Das kann sein. Also und auch bei allem Respekt, also der war schon gut, aber ist jetzt auch kein Rasul, auf den wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen. Der hatte auch eine Amateurbilanz von irgendwie 10 zu 8 oder so, also war jetzt auch nicht überragend und hatte als ersten Kampf einen Bellator-Kampf. Aber der dann nicht zustande gekommen ist wegen Corona, das ist schon nochmal relativiert. Aber der Vertrag lag auf dem Tisch und darum geht es am Ende. Der Vertrag lag auf dem Tisch, genau. Der Kampf war angesetzt, war auch schon promotet worden, wegen Corona ausgefeilt. Und man muss auch sagen, er kommt aus Irland. Ich glaube, die hatten doch gerade eine Veranstaltung in Irland, haben ihn, glaube ich, auch gegen ihn so ein Influencer-mäßig irgendwas gesetzt, so ehemaligen Rugby-Spieler. Also es war jetzt nicht, war schon ein relativ besonderer Weg. Ist jetzt nicht die Regel, muss man auch dazu sagen. Hast keinen Bock auf den Podcast. Nein, wir haben jetzt, wie gesagt, so ein bisschen die Unterschiede aufgezeigt, warum auch quasi es sinnvoll ist, ein bisschen Amateur zu kämpfen. Auch ein anderes Beispiel jetzt neben dir. Was hast du überhaupt für eine Bilanz, vielleicht auch interessant? 11-4? Ich glaube, offiziell ist es 11-4. Der Kampf bei der EM, den ich verloren habe. Okay, der war sehr lustig. Viele sagen, den hast du nicht verloren. Sascha hat mir gesagt, Tom, den zählst du auf keinen Fall in deine Bilanz. Und sag das mal, wenn du mit irgendwelchen Großorganisationen sprichst. Nein, nein, den habe ich gewonnen. Und der Kampf gegen Tim, wo ich mir das Kreuzband gerissen habe. Ich plädiere hier auf Dr. Stoppage. Dr. Stoppage. Das heißt, offiziell stehe ich 11-2. Nein, Spaß beiseite, 11-4 ist die Bilanz. Ja, 11-4. Und wie gesagt, du hast gegen Top-Leute gekämpft. Du warst durchgehend auf WM, EM, auch Tim. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Hat super performt bei der WM. Dementsprechend, das ist ja auch das, was du erreichen willst. Scheiße auf die Bilanz. Du willst gegen absolute Top-Leute kämpfen. Für mich auch ein Beispiel, Kevin Entz. Jahrelang Amateur, auch eine Amateur-Bilanz. Ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber jetzt, wo man im ersten Blick denkt. Aus dem Kopf würde ich sagen, safe 20 Amateur-Kämpfe. Ja, ja, safe. Absolut. Aber was ich sagen will, der hat auch ein paar verloren. Und wenn man jetzt den Rekord sieht, denkt man sich so, was soll das? Also es sieht gar nicht so krass aus. Aber wenn du guckst, gegen was für Leute der gekämpft hat. Gegen ein Karan, gegen Ali Isayev, gegen aus Düsseldorf. Sorry, ich habe den Namen nicht im Kopf. Der bei Octagon Contender Series, da wo Eckerlin und Pütz und so waren. Ist der Schabern? Ich kenne die Dame auch nicht. Ich weiß auch nicht. Der Zweiter wurde da. Also auch richtig, richtig, richtig gut. Und das ist das, was du erreichen willst. Das interessiert keinen sonst was, was dein Amateur-Bilanz ist, wenn du ein Profi bist. Was das Gute ist, jede Niederlage entwickelt dich quasi weiter, als jeder Sieg es jemals tun würde, würde ich behaupten. Dementsprechend, verliere als Amateur, Alter. Das macht dich am Ende nur besser und nur stärker. Genau. Also wie gesagt, Kevin Enz, ihr werdet auch sehen. Vielleicht werden wir den noch in einem oder anderem Format ein bisschen genau auf ihn eingehen. Aber das ist für mich so ein Paradebeispiel, warum man lange Amateur kämpfen sollte und warum man auch fast schon Niederlagen einkalkulieren kann, wenn man dafür was Besseres gelernt hat. Zum Beispiel Kevin als klassischer Grappler, so viel kann man schon vorweg sagen, der dann quasi wahrscheinlich auch für ein paar Kämpfe gesagt hat, okay, ich bleibe jetzt extra im Stand, um da die Erfahrung zu sammeln. Nämlich halt eine Niederlage in Kauf. Das ist scheißegal in dem Moment. Genau. Kommen wir also. Du hast schon deine Erfolge quasi im Amateurbereich. aufgezählt. Generell vorweg. Erzähl uns mal, also ich würde jetzt nochmal so Erfahrungen sprechen, wie die Turniere und so abliefen und dann vielleicht nochmal auf die WM in Serbien eingehen. Ja. Also die... Vielleicht die Vorbereitung. Wie bereitet man sich auf so ein Turnier vor? Boah, das ist natürlich immer bei jedem stark unterschiedlich. Tatsächlich haben wir uns auf die WM komplett zu Hause vorbereitet. Das heißt in Magdeburg und hier im Stall. Es lag einfach daran, dass wir keine Zeit hatten wegzufahren. Wir hatten überlegt, nochmal nach Schweden zu fliegen. Allerdings war ich da noch etwas mehr in der Uni involviert. Und das muss man sagen, die WM war Ende Januar. Das heißt, die heiße Sparringsphase wäre so kurz vor Weihnachten, Weihnachten gewesen. Ja. Dementsprechend haben wir uns quasi hier vorbereitet, aber sonst wie jede andere Vorbereitung auch. Das heißt, zehn- bis zwölfmal die Woche Training, viel Sparring, viel Auskämpfen, sowas alles. Was man jetzt als... Also für mich als Trainer, wir stellen dementsprechend immer Pläne, wie wir was trainieren, Wochen verteilt. Und da ist ein großer Teil für mich natürlich als Coach die Kampfanalyse oder Kämpferanalyse. Wenn ich jetzt weiß, okay, du kämpfst gegen XY, dann gucke ich mir Videos an, gucke, was für einen Stil der hat, wie macht der bestimmte Sachen, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Ja, safe. Bei der WM waren jetzt damals 26 Gegner. Also ich weiß nicht, ich bin ja schon ein bisschen, oder ich habe nicht unendlich viel Freizeit, versuche ich mir auf 26 Gegner eine genaue Analyse vorzubereiten. Ja. Quasi nicht möglich. Wir haben das, glaube ich, oder eher gesagt, du bist da so angegangen, du hast dir von jedem, wo man was finden konnte, ein bisschen was rausgesucht, geguckt, okay, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Haben wir erstmal allgemein an meinen Schwächen trainiert. Ja, ja, klar. Hatten wir genug zu tun. Dann war die Vorbereitung eigentlich auch schon vorbei. Und ich glaube, selbst in dem Turnier, also in Abu Dhabi selbst, haben wir uns immer, man erfährt erst einen Tag vorher, gegen wen du kämpfst. Ja. Und das heißt, okay, wir haben 20 Uhr erfahren, okay, morgen 12 Uhr kämpfst du gegen den und den und dann lagen wir im Bett und haben den Laptop rausgeholt und dann hat Daniel mir gezeigt, okay, der macht das und das. Haben wir ein, zwei Kämpfe angeguckt. Ich sage, okay, ich verlasse mich darauf, was Daniel sagt. Das und das sind seine Stärken. Das Ganze hat Sascha nochmal durchgequatscht. Ja. Der war damals mit dabei und viel mehr Zeit war da nicht, um irgendwie einen Gegner zu analysieren. Richtig. Also ich muss schon sagen, ich habe mir alle Gegner angeguckt. Natürlich im Vorfeld auch geguckt, haben die bereits Turniererfahrung oder sind das quasi auch Leute, die frisch in so einem internationalen Turnier dabei sind. Dann gibt es natürlich auch Leute, oder dann versuche ich mir immer so spontan so ein Ranking zu erstellen. Wer ist wahrscheinlich der gefährlichste? Wer ist der beste Ringer dort? Wer ist der beste Stand-Up-Kämpfer? Und habe schon so grob im Kopf, gegen jeden Einzelnen würde ich so und so kämpfen. Aber dann eine genaue Analyse, wie schlägt wer den Jab und keine Ahnung, welchen Kopf taucht der ein? Geht der eher auf ein Low-Single oder geht er auf ein Double? Also solche sehr, sehr spezifischen Sachen, die kannst du dir halt nicht für 26 Leute perfekt analysieren, beziehungsweise dann auch darauf dann immer trainieren. Das musst du dann individuell sehen. Das musst du dann beruflich machen, wirklich, dass du die Zeit dafür hast. Und ganz ehrlich, ich glaube, es wäre noch nicht mal ein Zeitding gewesen, selbst wenn ich eine perfekte Analyse zu allen hätte. Im Endeffekt musst du dein Ding durchziehen in so einem Turnier. Ich glaube, das ist so die Quintessenz. Da gewinnt halt, deswegen ist so ein Turniermodus auch immer cool, weil im Endeffekt setzt sich dann wirklich der Stärkere durch letztendlich. Da ist so dieses Glücks, dieser Glücksfaktor ist da häufiger ausgeschlossen. Weißt du, was ich meine? Sondern am Ende sind dann schon die Besten quasi mit dabei und dann auch am weitesten vorne. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich überlege gerade, wir hatten im Vorhinein vor der WM über Rasul Magumelov gesprochen, natürlich gegen den Absatz gekämpft. Aber sonst, die anderen drei Gegner, die hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, oder? Nee, gar nicht. Also, Mexiko hatten wir zum Beispiel in Abu Dhabi, Mexiko, Kasachstan, Ukraine und Bahrain. Dann eben Bahrain. Da hatte ich ehrlich gesagt nur ein Groß auf dem Schirm. Also, die waren alle gut. Ich glaube, der Ukrainer war auch ein Ringer, ein ukrainisches Nationalteam gewesen oder hat mal für die Ukraine irgendwelche internationale Turniere gemacht. Ich weiß nicht, ob er in der Nationalmannschaft war. Kasachstan auch, glaube ich, Sambo-Background gewesen. In Mexiko, so Freestyle-mäßig. Dementsprechend... Der Arme. Der Arme. Dementsprechend, ja, konnten wir uns so grob immer im Vorhinein abstimmen zu den Kämpfern. Aber mein Fokus war schon Rasul, weil wir hatten auch im Blick, okay, wer ist da der Beste, weil unser Ziel ja auch Gold war. Vielleicht zu Rasul Magumelov vorweg. Ein absoluter Elite-Ringer, Elite-Sportler. Hat einen Ringer-Background gehabt, Internationale Turniere für Russland gekämpft. Und wer sich so ein bisschen mit Ringen beschäftigt, weiß, dass Russland wirklich die Creme de la Creme ist im Ring. Ringen natürlich sehr effektiv im MMA. Und von den Namen her, Rasul hat tatsächlich mal gegen Kyle Snyder gewonnen im Ring. Wer jetzt ein bisschen tiefer in der Materie ist, wie gesagt, Kyle Snyder, Olympischer, ich glaube, der hat Olympia-Gold geholt. Hat Gold geholt, ja. Olympia-Goldmedallist in der Gewichtsklasse bis 97 Kilo. Und Rasul Magumelov hat gegen ihn im Ring gewonnen. Dementsprechend konnten wir schon so einschätzen, okay, der wird dementsprechend gerade so im Bein an den Griff hinbekommen. Der hat mich so fliegen lassen. Du hast gegen ihn im Halbfinale gekämpft. Genau. Erzähl mal deine Erfahrung. Oder wie wolltest du den Kampf angehen? Was hast du geschätzt? Ich dachte mir, Alter, es läuft so gut, ich knock ihn auch in der ersten Runde aus. Man muss ja auch sagen, du hast alle drei Kämpfe vorzeitig in der ersten Runde gewonnen. Ja. Ne, davor. Na, ich wusste, wenn er mich hat, dann ist Scheiße, dann ist vorbei, Alter. Also, was willst du da machen? Der hat sich auch so brutal stark angefühlt. Das wollte ich hören. Der war, ich würde sagen, der war fast zehn Kilo leichter als ich, aber der hatte so Power in den Arm. Er hatte natürlich auch den Vorteil, ich habe drei Tage in Folge gekämpft und bin ohne einen Tag Pause direkt ins Halbfinale gegangen und er hatte nur einen Kampf vorher. Er hatte erst einen Freilos, dann selbst einen Kampf und dann war sein Gegner verletzt. Ach stimmt, der hatte quasi einen Kampf davor und du drei. Ich hatte drei Kämpfe davor, er nur einen. Natürlich geht er frischer in diesen Kampf, auch wenn ich nur eine Runde gekämpft habe. Aber trotzdem verschleißt er der Körper durch das Adrenalin, die Aufregung, morgens früh aufstehen, zum Ärzte checkt, fick dich ja doch irgendwo. Ja, ich bin natürlich trotzdem da reingegangen und dachte mir, okay, Alter, das holst du dir jetzt irgendwie. Okay, aber dann in der zweiten Runde dachte ich mir, fuck, ich kriege den nicht von meinem Rücken weg. Ich habe alles probiert und wir haben da irgendwie die Werkzeuge gefehlt. Man muss auch sagen, wirklich, wie gesagt, ich habe dich da ja gecoacht mit Sascha in dem Kampf und es ist halt schwierig, weil du weißt, okay, du musst eigentlich die und die Technik machen und du machst per se auch nichts falsch. Aber wenn er einmal deinen Rücken hat und er so eine Power hat, frisch ist im Vergleich zu dir und natürlich auch hier und da ein paar Techniken kennt. Es ist extrem schief gewesen und ist auch frustrierend, nicht nur für dich, sondern auch für mich gewesen. Aber ich glaube, da hatten wir auch damals, wie gesagt, der ist auch Weltmeister geworden, ist jetzt wieder Weltmeister geworden, so viel vorweg. Der ist eine absolute Dominanz in dem Sport. Ja, Ring ist einfach, Ring ist key, gerade im Schwergewicht, so weißt du, und das hat er hervorragend gemacht. Wobei er seinen Kampf im Finale ja gar nicht durch Ring gewonnen hat, muss man dazu sagen, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. In Abu Dhabi? Ja, nee, jetzt in Serbien. Achso, jetzt, ja, stimmt, stimmt. Also er kann auch striken auf jeden Fall. Also, sorry, ja, das wollte ich, also ist jetzt nicht so einer, der einfach nur Shooting for the Legs und quasi nichts anderes macht als Beinangriffe, so, das kann man verteidigen. Der ist auch im Stand gefährlich. Also, der ist schon ein vernünftiger Kämpfer. Der hat auch schon gegen gute Braungurte gekämpft am Boden und wurde nicht getappt oder Sonstiges. Der weiß im Stand absolut, was er tut. Also, das ist ein vollkommener Kämpfer, nur halt auf einem extrem hohen Niveau und mit einem unglaublichen Ringer-Background. Das kriegst du auch nicht weg. Allein dieses Körpergefühl, die Kraft auch, die die Leute haben. Ja, safe. Vor allem der Ring, seitdem er drei ist. Ich habe erzählt, ich habe angefangen mit 17. Dementsprechend, den Vorsprung hole ich nicht mehr ein. Den holt man so nicht mehr ein. Da muss man, beziehungsweise, so wichtig zu sagen ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay, lass mit dem Sport aufhören, den kriegen wir niemals. Es geht halt einfach darum, dass die Startbedingungen müssten gleich sein. Das heißt, beide gehen frisch in den Kampf. Und wenn man zum Beispiel jetzt drei Monate im Voraus gesagt bekommt, okay, du kämpfst gegen Rasul, dann kann man schon spezielle Sachen oder sich auf spezielle Sachen einstellen, bestimmte Vorbereitungen treffen, Vorkehrungen treffen, dass man auch so ein Rasul schlägt. Aber wie gesagt, jetzt so spontan, wenn man drei Kämpfe davor hatte und ist es schon schwierig. Selbst mit drei Jahren Vorbereitung wäre das schwierig. Ja, safe. Aber jeder ist irgendwo schlagbar. Ja, absolut. Aber das auch vielleicht so ein bisschen, um das Niveau da einzuschätzen. Ich glaube, so ein Rasul könnte entspannt in der UFC mitkämpfen. Ich glaube, John Kavanagh war auch da, der Trainer von Karno McGregor, falls man ihn nicht kennt. Und der hat ein Interview gegeben bei der WM, wo ich damals da war und meinte, ey, alle Top-3-Platzierungen kannst du 1 zu 1 in den Profibereich stecken. Die können sich da auch behaupten. Dementsprechend sieht man eigentlich, wo das Niveau ist. Der meinte, außerhalb der Top-10 würden die Top-3-Platzierten, also die Medallisten, mit den Profis in der UFC mithalten können. Das ist natürlich eine Frage, das stimmt. Das ist einfach nur seine Meinung gewesen. Natürlich war er gerade auf dem Turnier und wollte ein bisschen die Trommel rühren. Er sagt wahrscheinlich nicht, ey, es ist alle voll Kacke, Alter, ein Profi können hier aufordnen. Das ist ja komplette Zeitverschätzung gewesen. Natürlich ist er so ein bisschen positiv eingestimmt. Aber nichtsdestotrotz ist es schon eine Lobesung und wir könnten das auf jeden Fall so bestätigen, gerade bei Rasul, der extrem ist. Wollen wir vielleicht ein bisschen so auf das Bürokratische dahinter? Wie kommt man überhaupt in die Nationalmannschaft? Wie finanziert man vielleicht so einen Aufenthalt oder wie sind so die Rahmenbedingungen davon? Also in die Nationalmannschaft kommt man eigentlich relativ easy. Du musst dich bei der deutschen Meisterschaft anmelden. Ich überlege gerade, früher war es noch so, dass man erst eine Teilmeisterschaft gewinnen musste, um sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ich glaube, das Regelwerk gibt es jetzt nicht mehr. Oder gab es denn dieses Jahr nicht wegen Corona? Es ist immer sehr individuell, ob man was ausfällt, ob die das organisiert bekommen. Läuft halt auch alles ehrenamtlich dementsprechend, vielleicht nicht so 100% zuverlässig. Also du gewinnst eine deutsche Meisterschaft und dementsprechend bist du quasi, ja. Ja, bist du Teil des Nationalkasens. Ich überlege gerade, es geht aber auch nach dem Ranking. Es gibt ein Ranking, quasi du, also es ist so, wenn du deutscher Meister wirst, bist du mehr oder weniger gesetzt. Ja. Es gibt aber auch ein Ranking. Das heißt, wenn du davor, keine Ahnung, viele Medaillen geholt hast. Erstes Beispiel jetzt zum Beispiel, ich konnte bei der deutschen Meisterschaft nicht mitkämpfen aufgrund meiner Knieverletzung. Richtig. Tim Schwabe ist deutscher Meister geworden im Jahr 2022. Ich wurde aber zuerst angesprochen, ey Tom, hast du Bock für die deutsche Nationalmannschaft zu kämpfen, weil ich einfach im Ranking noch vor ihm stand. Genau, genau. Er konnte nicht aufgrund meiner Verletzung, dann wird er halt gefragt. Ich glaube, aber es können auch bei internationalen Turnieren zwei Leute gemeldet werden. Das heißt, selbst hätte ich ja gesagt, hätte Tim trotzdem fahren können. Ich weiß zum Beispiel, im Jahr 2021 war es ja so, dass Russland im Schwergewicht zwei Halbfinals gegeneinander hat. Also Russland gegen Russland im Halbfinale. Und bei Bahrain war das ähnlich. Die haben auch, glaube ich, das Halbfinale gegeneinander gemacht. Bahrain besteht auch nur aus Russen. Also dementsprechend, ich stand als einziger Europäer auf dem Treppchen bei der WM. Ja, richtig. Naja. It is what it is. It is what it is. Wie gesagt, Tom hat es kurz schon angesprochen, ist ehrenamtlich. Das heißt, es ist klar, dass für die Vorbereitung natürlich die Kosten nicht übernommen werden. Du quasi deine Vorbereitung machst, weil die auch individuell ist. Zum Beispiel bei der WM waren wir größtenteils hier. Für die deutsche Meisterschaft oder Italien waren wir sehr viel unterwegs. Dementsprechend hat es viel Geld gekostet. Aber bei internationalen Turnieren, man muss einfach noch sagen, darauf werden wir wahrscheinlich auch in anderen Podcasts noch zu sprechen kommen, MMA ist in Deutschland einfach noch nicht so weit entwickelt wie in anderen Ländern. Deutschland hängt so weit hinterher, was das angeht, was finanzielle Mittel angeht. Wenn ich überlege, jetzt bei der letzten WM, ich habe mit Timon geschrieben aus Hamburg. Liebe Grüße, Thierry. Genau. Da sind Jungs, die können kämpfen, die sind gut, aber können nicht mitfahren, weil die finanziellen Mittel fehlen. Weil für so eine WM, da gehen mal easy 2000 Euro drauf pro Pio. Ja, Minimum, Minimum. Und auch in Abu Dhabi selbst, als wir da waren, wir haben mit den anderen Jungs gequatscht. Wir hatten quasi den großen Vorteil, dass wir nur mit einer weiteren Mannschaft im Teamhotel waren, mit Kasachstan. Die Mannschaft war aber auch riesig. Ja, ja. Und wir haben mit den Jungs gequatscht, vor allem mit meinem Gegner, gegen den ich gekämpft habe. Und die kriegen alles bezahlt, die kriegen sogar noch Preisgeld fürs Kämpfen. Genau. Und die lachen uns quasi aus. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gequatscht, so ungefähr. Ja, ja, ja. Das ist einfach nur traurig, wenn du überlegst, wo Deutschland da steht. Das ist leider Gottes richtig. Und zwar kämpfen die einfach, um Preisgeld dazu bekommen. Ja, also überhaupt nicht intrinsisch. Und bei uns ist das genau das Gegenteil. Wir zahlen da mehrere tausend Euro, damit wir da mitkämpfen können. Einfach, weil wir es aus intrinsischen Gründen möchten. Und es ist natürlich, klar, nicht weit verbreitet. Deutschland ist am Vergleich zu den anderen Ländern, auch unseren Nachbarnländern, noch absolut hinterher. Aber es war halt schon schwierig. Jetzt gar nicht das Finanzielle, sondern auch, was heißt das Finanzielle? Es ist halt auch irgendwie so ein Standing. Wie fühlt man sich, wenn du quasi hinten auf deinem T-Shirt stehen hast, deutsche Nationalmannschaft, und kriegst keine Ahnung, null Komma, gar keinen Support, so mehr oder weniger. Ja, das ist einfach nur traurig. Ja. Also wirklich. Und wie gesagt, du hast angesprochen, super viele Talente, die absolut das Zeug hätten. Wie gesagt, ich denke auch an die Hamburger Jungs, die jetzt nicht mit waren, die aber sonst auch immer, wie gesagt, abgeliefert haben, konnten einfach aus finanziellen Gründen nicht mitkommen. Und du hast Deutschland repräsentiert. Dementsprechend hoffe ich einfach nur, dass es in Zukunft sich in eine andere Richtung entwickelt. Und wer weiß, wenn jetzt der Sport olympisch wird, man könnte das ja, also es gibt Gerüchte, das 2028, MMA olympisch werden könnte. Dementsprechend gibt es auch noch eine ganz andere Förderung, olympische Sportart etc. Da könnte eventuell noch was gehen. Und hoffen wir mal, dass es bis dahin auch in der Gesellschaft ein bisschen angekommener ist. Oder weniger. Genau. Wir haben jetzt, wie gesagt, gesprochen, wie zum Beispiel so ein internationales Turnier abläuft, Spezifika. Jetzt war es ja so, dass die WM in Serbien war. Wie hast du das so wahrgenommen, dass du quasi nur außen dabei sein konntest? Ja, scheiß richtige Frage um Obst. Nee, ne. Ja, war komplett beschissen. Weißt du was? War super. Ich hätte halt mitkämpfen können, hab's aber nicht getan. Naja. War es eher ein Motivationsbooster oder dachtest du dir so, boah, fuck, Alter, jetzt ist es quasi... Ist man eher traurig darüber oder ist man motiviert? Wie nimmt man sowas auf? Ich war nur traurig darüber. Also konnte mich dafür irgendwie gar nicht motivieren. Zu dem Zeitpunkt bin ich, glaube ich, gerade eine Woche ohne Krücken gelaufen. Ja. Weiß ich nicht. Was hältst du? Die Frage provoziert mich da wirklich. Du musst jetzt aufpassen, Deckung hoch. Ehrlich. Mal gucken, ob wir heute noch eine Träne von dir bekommen. Nein, erstmal, was sagst du zu den Ergebnissen, die wir gesehen haben? Man muss sagen, Deutschland hat sich wirklich teuer verkauft. Ja, wir haben ja auch einen Teil der Kämpfe zusammengeguckt. Das ist das Gute bei den Amateurmeisterschaften, dass die quasi ab Mittags laufen oder sogar vormittags schon beginnen. Dementsprechend kämpfen die Schwergewichte 15 bis 17 Uhr so ungefähr. Ja, ja. Ja, wir haben den einen oder anderen Kampftag zusammen gesehen. Ja, das Niveau war gut. Durchwachsen, genauso wie bei meiner WM auch. Also natürlich gibt es da ein, zwei Jungs, die stechen hervor und ein, zwei, wo du sagst, okay, Alter, die sind hier vielleicht doch noch fehl am Platz. Aber na gut, dafür halt auch wieder Amateur da. Ja, die Deutschen haben sich gut geschlagen. Ich glaube, bis auf Songü war die ganze Mannschaft neu aufgestellt. Nee, Merlin noch mit dabei. Merlin war dabei. Und das war es aber auch. Sonst nur neue Gesichter. Und relativ klein noch, wenn ich überlege, bei der EM waren wir, glaube ich, elf Sportler plus Trainerteam. Und jetzt waren wir, glaube ich, nur fünf oder sechs Sportler. Ja, Abu Dhabi, Italien oder Serbien. Das ist natürlich auch ein Motivfaktor. Aber komplett neues Team. Ja, Deutschland hat sich eigentlich gut verkauft im Vergleich zu den letzten Jahren. Also es wurden mehr Medaillen geholt? Ich glaube, bei der ersten WM hattest ja nur du eine Medaille geholt. Also insgesamt vom ganzen Team Deutschland nur du. Ja. Bei der EM du und Songü. Ja. Und diesmal waren es Songü, Tim, der für dich quasi eingerückt ist. Und wurde noch eine Union-Medaille geholt? Ja. Ich glaube, eine aus dem UFD-Gym. Ja, ja. Also wirklich Top-Leistung. Nochmal Gratulation an alle, die da für Deutschland eine Medaille geholt haben. Unser Hauptaugenmerk war natürlich auf Schwergewicht gerichtet. Ja. Dadurch, dass du auch an dem Gewicht aktiv bist. Jetzt mal unabhängig nur von Tim. Vielleicht auch super Schwergewicht im nächsten. Super. Das ist eher mein Gewicht. Wie ist so dein Kommentar generell zur BM in Serbien bezüglich deiner Gewichtsklasse? Jetzt gar nicht nur auf Tim einzugehen, sondern mal so generell die anderen Kämpfe auch. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele gemeldet waren in meiner Gewichtsklasse. Weniger als in Abu Dhabi. Weniger auf jeden Fall. Aber hast du eine Anzahl im Kopf? Nee, ne? Also, ich weiß zum Beispiel die Leute. Du musstest damals drei Kämpfe gewinnen, um ins Halbfinale zu kommen. Also, jetzt war es so, dass man zwei Kämpfe gewinnen musste. Ja. Also, quasi einen Strang oder einen Ast weniger. Ja. Also, es waren ein, zwei Leute dabei. Die kannten wir schon. Auch aus der EM und von der WM. Zum Beispiel der Neuseeländer, gegen den Tim gekämpft hat. Stimmt. Erster Kampfdorf. Den fand ich echt stabil und Tim hat den echt gut weggemacht. Ja, ja. Sehr gut. Hat er stark gemacht. Der Engländer zum Beispiel war wieder dabei, von der EM auch. Den hatten wir danach direkt herausgefordert, für The Cage eigentlich. Und der hat einen richtig stabilen Knockout hingelegt. Der kommt ja aus dem Taekwondo. Ich glaube, der hat auch so rechte und rechter Kick. Ja, ja, genau. Er ist nicht so geisteskrank hinterhergesprungen. Wie verlegen du guckst. Passiert dem besten. Also, ein, zwei Jungs waren echt schon dabei. Was heißt ein, zwei Jungs? Lass es die Hälfte der Schwergebichter gewesen sein. Die waren echt stabil. Und als ich wusste, dass Rasul gemeldet ist, wusste ich auch ganz klar, dass er wieder Weltmeister war. Das kann man, äh, es gibt immer Überraschungen. Sagen wir es mal so. Aber gegen einen Rasul gewinnt es im Normalfall nicht. Mihal Frilic, gegen den ich bei der EM rausgeflogen bin, gegen den hat Tim ja auch gekämpft. Also, es ist lustig, weil... Ich habe den Kampf nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe den Kampf gesehen. Daniel hat den Kampf gesehen. Da kann ich jetzt meine ungefilterte Meinung geben. Hau mal raus. Also, nochmal, jeder, der, äh, unsere Serie verfolgt hat, äh, jetzt die erste Staffel, weiß, dass du ganz klar gegen ihn gewonnen hast eigentlich. Und, ähm, Tim gegen Mihal Frilic, muss ich gestehen, war eines der... Ich sage mal so, wenn ich jetzt einen Menschen, der keinen Berührungspunkt zu MMA hat, einen Kampf zeigen müsste, um ihn für MMA zu überzeugen, würde ich ihm auf keinen Fall diesen Kampf zeigen. Weißt du, was ich meine? War sehr, sehr unattraktiv, wofür Tim jetzt aber nichts kann, ja? Man muss sagen, Mihal, äh, wollte den Kampf im Clinch führen, beziehungsweise, wenn überhaupt, ab und zu mal, äh, zu Boden bringen. Ich glaube, der hat auch ein, zwei Takedowns vom Cage aus gelandet, aber jetzt ohne Damage großartig. Wirklich haben, ich sage es dir, von den neun Minuten, die gekämpft haben, vielleicht freien Stand, also ohne im Clinch, 30 Sekunden verbracht, im Clinch ab und zu paar Knie gelandet. Aber das war's. Wirklich, das war durchgehend, wie Mihal, äh, Tim an den Cage rückt und dann auch mehr oder weniger keinen Schaden macht. Ich dachte tatsächlich, dass Mihal die Punkte, per Punktentscheidung weiterkommt. Ähm, ich glaube, Tim war selber so ein bisschen überrascht. Was das angeht. Aber ich, ich hatte jetzt auch keinen Klammer, dass Tim weitergekommen ist. Weil Mihal halt auch mehr oder weniger keinen Schaden gemacht hat. So, deswegen, äh, hat es mich natürlich gefreut, dass Deutschland weitergekommen ist. In dem Fall. Und, ähm, dass man auch nicht mehr für dieses typische, einfach nur an Wand stellen ohne Schaden belohnt wird. Aber, weißt du, ich kannte ja, wie die Refs quasi das davor immer gejudged haben. Deswegen dachte ich, dass Mihal weiterkommt. Also, wie gesagt, sind eigentlich beides wirklich Top-Kämpfer. Da haben die sich so beide mehr oder weniger neutralisiert und, äh, war halt nicht schön anzusehen. Ja, ich habe gesehen, Mia gibt jetzt sein Profi-Debüt. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es bei Tim weitergeht. Ähm, auch für uns interessant, weil eigentlich steht noch ein Rückkampf offen. Ja, ja. Könnte man sich vorstellen, irgendwann nochmal gegen Tim zu kämpfen? Ja, also, definitiv. Ist ja, ist ja quasi. Muss gemacht werden. Muss gemacht werden. Also, Tim, korrekter Typ, gar keine Frage. Aber, also, ich will auf jeden Fall einen Rückkampf. Gar keine Frage. Ist ja auch eigentlich so, man muss sagen, also, vielleicht gehen wir darauf kurz ein. Tim hat, äh, die Silbermedaille geholt. Ja. Und dann im Endeffekt gegen Rasul verloren. Wir können gleich nochmal auf den Kampf eingehen. Ähm, das ist, also, wenn man sich das mal so vorstellt, dass Deutschland als wirklich MMA-unerfahrenes Land, zwei der besten Amateurschwergewichte der Welt stellt, weißt du, ist halt ein super, super Aufhänger. Auch jetzt für uns quasi, dass man, äh, quasi einen ebenwürdigen Gegner hat. Ja. Der ist davor hier so, auch wenn das jetzt mega arrogant klingt, aber nicht hatte. Ne? Das klingt schon sehr arrogant. Das klingt schon richtig an sich. Also, ich muss sagen, mir tut das Ganze sehr gut. Ähm, dass ich jetzt quasi weiß, okay, ich hab da, da läuft jemand rum, der ist genauso gut wie ich. Offiziell sogar besser. Trägt, äh, eine Silbermedaille, hat mich jetzt im Ranking auch überholt. Dementsprechend bin ich extrem hungrig, da anzugreifen und quasi mir meinen Platz zurückzuholen. Ist halt die Frage, wie es bei ihm weitergeht. Kann auch sein, dass du so vorstellt. Ich muss erstmal hier die Reha überstehen, quasi wieder fit werden, ins Training kommen und dann kann man da über Genaueres sprechen. Aber ist auf jeden Fall für mich Motivation genug, noch schneller, noch stärker zurückzukommen. Und das ist es ja, man sagt, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, gerade Amateurbereich ist dafür da, Erfahrungen zu sammeln. Deswegen kann ich es nur so weitergeben, sucht euch immer die stärksten Gegner raus im Amateurbereich. Und, also, sucht euch immer vernünftige Gegner raus. Also macht nicht so dieses typische Boxen, wo man überhaupt kämpft. Aber gerade, besonders im Amateurbereich, ey, es geht einfach um eure Entwicklung. Dementsprechend wäre ein Kampf gegen Tim, sehr, sehr schön für uns. Gehen wir kurz auf den Kampf ein. Tim gegen Rasul im Finale. Ich habe den tatsächlich auch nicht gesehen. Ich habe nur die ersten zwei Kampftage gesehen. Aber du hast mir von erzählt und ich habe das Finish gesehen quasi. Ich habe den Kampf gesehen. Also, ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte gedacht, dass Tim den weghaut. Also, es war, wie gesagt, eingangs erwähnt, Rasul ist eine absolute Macht. Und, was du gesagt hast, dass er jetzt nicht nur im Stand, nicht nur im Ring gut ist, sondern im Stand, hat man da gesehen. Er hat in der ersten oder zweiten Runde Tim per TKO quasi im Stand. Zweite Runde, Anfang zweiter Runde. Anfang zweiter Runde ihn ausgenockt, beziehungsweise er hat TKO geholt. Und eindrucksvoll bewiesen, dass er im Amateur-Schwergewicht die Nummer eins ist und dann gefochten. Und, wie gesagt, gegen auch einen guten Standkämpfer, wie Tim es ist, den dann halt auch anzunocken, beziehungsweise auch auszunocken, ist auf jeden Fall eine Ansage und das streicht auf jeden Fall seine Ambitionen im MMA von Rasul. Ja, safe. Ich bin mal gespannt, wie quasi auch die Reise von Rasul weitergeht. Aber ich glaube, der wird bis Olympia warten im Amateurbereich, wa? Boah, kann ich mir... Das Ding ist, er ist ja auch nicht so ganz transparent bezüglich deren finanziellen Anreizen. Die verdienen genug, ja, ja. Wir haben da jetzt keine Zahlen oder so, aber ich kann mir vorstellen, der kämpft ja für Bereien, die da auch, sag ich mal, staatlich anders subventioniert werden, als wir hier in Deutschland. Deswegen weiß ich nicht, ob sich überhaupt der Schritt für ihn in den Profibereich lohnt. Ja, er kommt, wie gesagt, aus Russland. Für ihn ist, glaube ich, Geld verdienen ein sehr, sehr großer Faktor des Sports. Oder er macht noch ein paar WMs. Ich habe jetzt hier der unangefochten quasi im Weltergewicht so abgeräumt, hat Gittinov. Ja, dreimal Weltmeister geworden. Dreimal Weltmeister geworden, der wechselt jetzt im Profibereich. Dementsprechend, wer weiß, ob es von Rasul dann auch nochmal den Schritt gibt. Ich glaube, der wird jetzt zweimal Weltmeister, ne? Zweimal Weltmeister. Vielleicht macht er noch einmal Weltmeister, dann sagt er sich tschau. Alle guten Dinge sind drei und dann verpüschte er sich. Und dann wäre ja wirklich... Und dann bin ich mal wirklich gespannt, wie der im Profibereich... Eigentlich müsste ich dann noch so lange warten, Amateur zu sein, weil dann könnte ich WM holen. Ja, ja, aber Schwachsinn, war ein Scherz. Nein, also per se, wir hatten schon von vielen gehört, dass die sich vorstellen könnten, bis 28 mehr oder weniger zu warten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Ringer fragst, was ist höher gerankt? Olympia Gold oder UFC-Titel? Ich glaube, da wirst du relativ häufig hören, dass Olympia Gold höher gerankt ist für die als einen UFC-Titel. Dementsprechend, wer weiß. Aber das sind jetzt alles nur lose Vermutungen. Ja. Genau. Ich gucke hier gerade mal so auf meinen Spielzettel. Ob wir noch irgendwelche Sachen haben. Also wie gesagt, ich glaube, das Niveau haben wir auch nochmal aufbereitet beziehungsweise schön dargestellt. Und haben jetzt quasi diese ganzen Amateur-Turniere mal ein bisschen beleuchtet. Also, was ich auch nochmal unterstreichen möchte, Respekt geht wirklich an alle raus, die nicht nur für Deutsche angetreten sind generell, aber gerade die für so Länder wie Deutsche angetreten sind, die ihr Land vertreten, international, und dafür noch finanzielle Aufwände quasi auf sich nehmen. Songül hatte ja zum Beispiel auch so eine Art Spendenaufruf oder Ähnliches gestartet. Wir hatten auch quasi, oder du, Unterstützung von der Familie auch. Also da gehört schon einiges dazu, um dann quasi Deutschland letztendlich zu repräsentieren. Was leider Gottes so ist. Ich glaube, ich habe mit Sascha darüber gesprochen. Ich hatte innerhalb von vier Tagen vier Kämpfe und habe dafür nichts bekommen, sondern noch Geld bezahlt. Ja, ja, ja. Da sagst du, Alter, geh mal zu einem Profi und sag hier, du kämpfst innerhalb von vier Tagen viermal für nichts. Ja, ja. Da wird jeder Profi fragen, ob du behindert bist. Ja, ja, ist so. Also, ich glaube, da kommt auf jeden Fall schon eine Menge Mut dazu und Bock auf jeden Fall. Ja, ja. Aber, naja, will mich jetzt auch selbst nicht zu hoch loben. Nee, also es ist ja auch, wie gesagt, an alle, die da für Deutschland oder auch für andere Länder angetreten sind, das ist halt wirklich, wo Leute sich mit den Besten messen wollen und auch etwas, wo viele, die, sag ich mal, aus dem Mainstream-MMA kommen, auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen sollten. Ja. Auch, weil die Qualität auch einfach super ist. Das sind sehr gute Kämpfe, ja. Wie gesagt, wir haben Rasul die ganze Zeit angesprochen, aber auch diesen Gitinov, der im Weltergewicht war oder im Middleweight der Australier, da gibt es auch noch diesen Belgier. Der Belgier, der war brutal stark, Alter, auch bei der EM schon. Also, da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Prospects. Und Mokaev kommt von den Amateur-Weltmeisterschaften, war da auch unangefochten für Bahrain, der jetzt in der UFC so abreißt. Krass, hat er für Bahrain gekämpft tatsächlich, ja. Ja, ja, der hat auch für Bahrain gekämpft. Lustig, der war auch bei der letzten WM da und hat sich das Ganze live gegönnt, den haben wir da auch gesehen. Wie heißt dieser jüngste UFC-Kämpfer, der Mexikaner? Weiß ich nicht. Rosas, dieser Junior Rosas. Ah doch, der ist doch von Niklas Stolz, ein Kollege, die haben zusammen trainiert. Ich weiß nicht. Doch, doch. Ah, den kennt man, der jüngste Kämpfer jetzt, der gerade so ein bisschen gehypt wird. Der hatte damals bei der WM die Bronze geholt. Tatsächlich, noch nicht mal Gold. Aber sieht man, das Niveau ist echt hoch. Ja. So viel vorweg. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet jetzt einen tiefen Einblick in die internationale und deutsche Amateur-Serne bekommen. Wir werden, wie gesagt, in den weiteren Formaten dann auch nicht nur Profis vorstellen bei Talent Watch, sondern auch viele unserer deutschen Nationalmannschaftskollegen oder auch welche, die noch nicht in der Nationalmannschaft sind und irgendwann mal in der Nationalmannschaft sein könnten. Supportet auf jeden Fall alle Jungs, die wir genannt haben, gerade unsere Nationalmannschaft, die da wirklich einen hervorragenden Job gemacht haben. Da noch mal, wie gesagt, ein Riesenlob an der Stelle, an alle raus. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen. Und ja, wenn sonst nichts weiteres ist, sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.